Durchsage der Post-Auto-Leitstelle. Mein Name ist Stadler Oliver. Seit 1995 bin ich als Fahrer bei Post-Auto eingestiegen. 14 Jahre später konnte ich auf der Leitstelle als Disponent anfangen und versuche, die Chauffeure durch Störungsfälle durchzubringen, um Fahrgäste zu informieren. Wir können einen sehr ruhigen Tag haben. Es kann aber innerhalb von Sekunden sein. Jeder Sprechwunsch, der einkommt, kann ein Unfall sein. Wir wissen eigentlich nie bei einem Sprechwunsch, wie wir reagieren müssen. Wir müssen wirklich sehr flexibel innerhalb kürzester Zeit umdenken können. Wir haben 131 Linien, gut 480 Post-Auto-Chauffeure, 161 Fahrzeuge, Funksprüche, je nach Jahreszeit, 30 bis 150 Anrufe pro Tag, ist keine Seltenheit.